ja liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play gta 5 wir wollten ja heute den raubenüberfall starten ja liebe leute ich weiß die folge ist ein bisschen kurz gewesen letzte das ist aber einfach manchmal so manchmal passiert das auch einfach dass die folgen ein bisschen kürzer werden da war ich nicht der plan hier ist der eingang ist das leute ist das leute das würde sich mir gerade zirka ist zirka floyd erlebt habe ich gar nicht mehr stimmt ich meine plötzlich erschossen wollen später schnauze ich habe zu tun so ich muss jetzt gerade mal gucken hinter der bühne äh moment was doch jetzt nicht dass ich da den anderen eingang nutzen soll ich kann nicht rennen hier und das ist immer den eingang hier Hey, sorry I'm late. Oh, we were just talking about you. Well, don't worry. Another few hours, you never have to talk about me again, Trapper. You're the one who likes to talk. Watch your back. You too. That's all I'm saying. Fuck you. Fuck you! All right, all right, enough! Enough! Thank you. Okay, uh, this is it. Well, we have two options. They're both a little, uh, out there, but then again, what do you expect? Okay, option one. We hijack their armored cars. We take the cruise hostage, and then we infiltrate the depository. Now, once you're in there and you've got the score, we send in a team of modded cars. You load up, you get out. We'll need to infiltrate the transportation grid and manipulate it to aid our escape. But option two, we cause a distraction out front. Make them think we're dumb. Well, we've never had a problem convincing people of that, haven't we? The other guys will be drilling, taking what they can. You're going to be the distraction. Always the attention seeker. You know, for a guy who's always stepping on his friends to get ahead, he has an unfortunately low sense of self-worth. Okay, okay, let me show you the board. To, uh, recap, these are our options. We try to make them give us the gold, or we drill a big old hole in the side of the bank and we take it out. If you're drilling a big old hole, you'll need a big old drill, a tunnel bore machine. I'll locate it, but you have to steal it and store it near the bank. They're excavating a new part of the metro network around there, so that's where you'll go in. We'll need choppers for the getaway, too. Trevor has one we can use, the other can be bought. The guys on the ground will need a getaway car, so get something fast and tough and modify it as much as you can to increase your chances of getting away from the cops. It's got to be stored in a parking garage near the UD. There's going to be a lot of heat, so think about that. Um, I'm forgetting something. Oh, that's it. We'll need a train to land the gold on and take it to the warehouse. You'll have to steal it. Again, I'll send you the details. Now, if you're interested in the more, um, subtle approach, hijacking the armored cars and so on, huh? You've got to get some police stingers. Only cops are licensed to have them, so that's a headache of its own. Oh, what else? Um, oh, right. You'll need to get a hold of and mod some getaway cars. A normal suspension's going to give out under a couple of tons of gold. Whoa, man, a couple of tons? Four tons in total. That's when I can get the system to divert into the cage we're hitting. Fuck me! Okay, okay, last thing. You remember that underpass we saw from the helicopter? Well, that's where I'll set up the smoke and mirrors to get the cops off your sense. I've heard that before. Michael, subtle or obvious, what's it going to be? Hmm, da wir eigentlich immer auf Hau drauf gemacht haben, machen wir heute mal die Variante. You want him to give you the metal? Okay, well, it's going to take a big crew. Two gunmen, two drivers and a hacker. First gunman comes into the bank with you. It helps you move the gold into the reinforced hot rods. Second gunman is there to take down the armored cars and bring the hostages to a safe house. Well, he's had my back on every job since I got up and running again. He deserves a shot at the big one. Think about my buddy's chef, okay? Consummate professional. And driver number one takes the wheel in the fourth getaway car. I don't know if you're not there. Ah, okay, this one's new blood. I've seen him drive, but I haven't seen him under pressure. Now, the hacker, they're going to break into the traffic system by some time coming out of the bank. We've been waiting our whole lives for this one. Are you sure you got this right? Okay, we need those stingers and the modified getaway cars. I knew you'd like that. I knew you'd like that. I knew you'd like that. I'm not a room, it's me, it's me. Nobody asked you. Look, this is our only hope. You control traffic in this town, you control the streets. I think it could work. It will work. As long as you're ready to move now. Come on. I'll take you to the equipment. Okay. Fucking asshole. Alright, let's go. That's the cool thing. Große Ding. Zoom. Ich wollte gerade sagen, das ist er doch. Das ist doch unser Freund. Tracy. Daddy, are you okay? Yeah, sure. Why not? Because some guys came to our house with automatic weapons maybe? I'm dealing with that honey. You don't need to worry. Money doesn't matter when you're dead, daddy. So. Haben wir jetzt irgendwie noch eine Hauptmission, äh, Standard jetzt? Ne, ne? Haben wir noch gar nichts mehr mit haben bekommen, oder? Ich hab mir so ein Freund Franklin gerade gar nichts bekommen zu haben. Äh, mit unserem Michael. Ah, wir brauchen jetzt das Auto. Okay. 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 Und so war den aus dem Parkhaus. So, das müsste aber hier irgendwo sein. Pilbox Hill müsste doch hier La Mesa. Ne, wo wird der Heiz? Warte mal, was ist denn das? Warte mal, das muss doch hier irgendwo sein. Warte. Warte. Warte mal, das Parkhaus wird wahrscheinlich unten auf der Straße sein. Das macht jetzt keinen Sinn, um da, über die Autobahn oben zu fahren. Meerstöckiges Parkhaus, sagt er uns. Äh, Kimi. I didn't mean it. Jim? You're taking me up Venom Canyon in this charcoal-color Landstalker to punish me for trolling you? If only someone would save me. Wait, do I stop from the sound. Oh my God! Jimmy, helfen. Stall him, kid. I'll be there soon. You know, you really are funny and interesting guys. I mean, any attention is good attention, right? Jimmy hat auch wieder eine Scheiße. Warte mal, ich war eigentlich, ich war, ich wollte eigentlich was, ich wollte eigentlich was, ich wollte eigentlich was anderes machen. Hat ver, nee. Warte mal, schon mal. Das habe ich in einem YouTube-Video gesehen, deswegen habe ich das tatsächlich, deswegen habe ich gerade gesagt, ich dachte mir, haben wir das nicht schon mal gehabt mit Jimmy? Nein, haben wir nicht, ich. Oh Mann, fahrt doch hier. So muss ich mal fünfmal die Spur wechseln. Haut mal ab, Bagasse, ich muss halt so gerade retten hier. Das Parkhaus ist es nicht. So, wir brauchen noch zwei Kilometer, wir müssen uns irgendwie an das Auto jetzt kleben. Äh, Jimmy. Hey, Eis, front, okay? There's no reason at all to be suspicious of anyone behind us. And if there was, he would just be there to warn you. He would definitely not kill you. Definitely would not kill you. Shut up, troll. You gave up your right to free speech when you insulted a celebrity on the internet. It was a couple of comments, some colorful language. Uh, it was harassment. You're the comedy writer, deal with the heckle. I blocked you. You started another account. I blocked you again, you started another. But what you didn't count on is me having the money and the resources to trace your IP. I counted on you having better things to do. Well, I don't. I'm a lonely man, and social media is my life. It's given me the recognition I've been denied my whole life. I can make snarky comments, and glib pronouncements, and lap up the adulation, banishing any form of dissent. I'm a king, and Bleeder is my kingdom. Okay, um, that's pretty sad. Don't lose sleep over it. When I'm done, the only bleeding you'll be doing is actual like... Who is that animal? That's my dad, you a-hole. Oh, he's gonna fuck you up properly. Oh, really? How big is this herd, huh? The size of your herd? Don't matter when you're a total badass psycho, you dick. Daddy's boy. Read the tattoo, kid. What's it say? Entitled. Because I am. Horrible little troll. Dad! 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 Ich hatte den gehabt, oder so, oder? Ich hatte keine Chance mehr, jetzt erwarten. So, mein Freund. Stop! Jetzt! Dann tue ich jetzt gleich. Ah, da würde ich jetzt... Ja, der war gar kein... Der hat normalerweise gar keine Chance, weil der... Boah, der hat ein Demo aber drauf, mit dem kaputten Reifen. Der hat mal die Daumen, und dann kommt da so eine Kacke raus. Ich wollte mich auf den Reifen schießen. Ich wollte mich auf den Reifen schießen. Verdammt! Ich wollte auf den Reifen schießen. Ich wollte mich auf ihn. Oh, das ist ja. Der hat mein Vater in dem Auto. Wer ist das? Du kannst du einen, der Idiot-Son! Also ich fahr dich mit dem... Und ich nehme die Karre von denen. Komm. Und ich nehme die Karre von denen Idioten mit. Ich nehme mein eigenes Auto. Wie ein Joker auf der Internet. Was für ein Joker? Ein Joker. Wie was? Wie, jemand schreibt etwas und du bist all, wie, das tut, du schützt, du schützt, du schützt. Oh, also Joker, die nicht lustig sind. Nein, du verstehst es nicht. Der Humor kommt mit Repetition. Wie, du sagst es einmal, großartig. Dann sagst du es wieder, 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 wieder. Okay. Wie, der Tag, er schreibt diese Bildung von seinem Neubau, und ich bin all like, damn, son, das hier ist ein schütziger, schütziger von einem Baby. Und ich bin all like, meine Balls sind besser als das Baby. Und dann schreibe ich ihm eine Bildung von meinen Balls. Ich habe gesehen Roadkill besser als das Baby. Was ist das Problem mit deinem Baby? Und er ist all like, actually, da ist ein Problem mit ihren Chromosomen oder so, und es ist eigentlich ein Miracal, dass es die Gebäude überlebt hat. Und ich bin all like, es ist eigentlich ein Miracal, dass ich eine Bildung von seiner Schütze habe gesehen, eine Bildung von seinem Schütziger... Enough! All right? E- Fuckin' Enough! I get it! Maybe that one was a little OTT, but it's generally really good times. Yeah, good times, great times. The fucking fun you have. Naja, irgendwie ist er dann selber schuld, wenn er es übertreibt, ne? Muss man so sehen. The troll is back in his lair. I stay off the internet for a while. Don't whine people up so much. I learned my lesson, Dad. I did. Yeah, sure. And I'm a tax accountant. So, Jimmy haben wir gerettet. Gut, dann mache ich hier Feierabend, dann machen wir den nächsten Teil mit den Autos in... Oh Gott. Dann machen wir den Teil mit den Autos, dann machen wir den nächsten Part bei Let's Play GTA-Fahrt. T